Oberbürgermeisterkandidat Christoph Bark ist 48 Jahre alt, Inhaber einer Werbeagentur und Vorsitzender des City Management Oldenburg. Er ist parteilos und wurde von der CDU nominiert. Politisch aktiv und politisches Interesse, da ist der Weg gar nicht so weit dazwischen. Politisches Interesse habe ich schon mein ganzes Leben. Politisch aktiv kann ich sagen, seit meinem Eintritt als CMU-Vorsitzender. Vor drei Jahren arbeiten wir im CMU in verschiedenen Ausschüssen mit, in verschiedenen Initiativen, die die Stadtentwicklung betreffen. Strategieplan Mobilität und Verkehr, Arbeitskreis, Einzelhandelsentwicklungskonzept oder auch die Entwicklung des Waffenplatzes. Und in dieser Funktion sehe ich das durchaus als politische Arbeit, weil das Engagement da eben auch den ganz klaren Effekt hat auf die Umsetzung nachher. Und darüber kam auch das Interesse und auch die Anregung, sich für das Amt des Oberbürgermeisters zu bewerben und dieses politische Interesse in noch ein aktiveres Engagement umzuleiten. Und hier unsere Fragen an Christoph Bark. Was schätzen Sie als Ihre besondere persönliche Stärke ein? Was als eine Ihrer Schwächen? Ja, als Stärken sehe ich an. Ich bin zuverlässig. Auf mich kann man sich verlassen. Ich bin auch hilfsbereit. Ich bin ein guter Kommunikator und guter Teamplayer. Und das sind eigentlich Dinge, die ich auch von einem Oberbürgermeister erwarte. Dass er zuhören kann, dass er im Team gut arbeitet und ein offenes Ohr hat. Als Schwäche würde ich sagen, ja, Ungeduld ist sicherlich etwas. Also Dinge umzusetzen, möchte ich gern, dass sie schnell passieren. Und da ist vielleicht... Welche Aufgabe wollen Sie als Oberbürgermeister an Ihrem ersten Arbeitstag anpacken? Dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand und rufe Herrn Heine an von der ARGE und sage, lieber Herr Heine, lassen Sie uns mal treffen. Wir haben ein Problem mit unserem Altpapier in der Stadt. Ich glaube, das ist auch zwingend, dringend notwendig. Und ich glaube, das ist auch gut und schnell umzusetzen mit der ARGE und mit Herrn Heine, dass wir dieses Thema hier vom Tisch kriegen. Wie das Ganze dann aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist das eine dringliche Aufgabe, um diesen Rechtsstreit, der da im Raum steht, vom Tisch zu kriegen. Streben Sie an, dass es am Ende Ihrer Dienstzeit zwei Altpapiersammlungen gibt oder eine? Und warum? Zum Ende meiner Dienstzeit strebe ich an, dass wir diese Diskussion um das Thema Altpapier nicht mehr haben. Das strebe ich aber schon zum Anfang meiner Dienstzeit an. Welche Art von Sammlung wir da haben wollen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ja die Sache der Einigung, wie wir sie dann haben. Ich persönlich glaube, dass eine Stadt sich nicht immer nicht als Spieler, sondern auch mal als Schiedsrichter auftreten muss. Von daher, ob die Altpapiersammlung tatsächlich in kommunaler Hand die bessere Lösung ist, werde ich mir noch mal genau anschauen. Ansonsten eine Sammlung reicht auf jeden Fall in der Stadt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, weitere Straßenfahrbahnen für Radfahrer freizugeben? Ich würde es bevorzugen, dass wir nicht die Fahrbahnen für Radfahrer freigeben, sondern dass wir vernünftige Radwege in Oldenburg schaffen, um genau nämlich diese Situation nicht zu haben. Rein rechtlich handelt die Verwaltung korrekt. Die Gesetzgebung ist so, dass wenn wir nicht die Radwege so haben, wie sie gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Radfahrer auf der Fahrbahn fahren dürfen. Wenn sie das nicht tun und auf dem Radweg weiterfahren, dürfen sie allerdings nicht schneller als zehn Stundenkilometer fahren. Von daher müssen wir ganz klar eine eigene Infrastruktur für die Sicherheit der Radfahrer in Oldenburg schaffen. Mit welchen politischen Parteien zusammen wollen sie ihre Politik im Rat durchsetzen? Ich will meine Politik mit allen Parteien umsetzen, weil wir machen hier Kommunalpolitik. Hier geht es nicht darum, Entscheidungen nach Parteibuchzufällen, sondern nach dem, was das Beste für die Bürger und für die Stadt ist. Und so werde ich, wie es auch in den letzten acht Jahren passiert ist und wie auch jeder andere Oberbürgermeister hier seine Mehrheiten suchen muss, weil keiner hat hier seine Mehrheit im Rat und kann sich verlässlich zurücklehnen und sagen, ich habe für jede Entscheidung eine verlässliche Mehrheit, sondern muss die entsprechend suchen und so werde ich es auch tun. Das war Ihr Oberbürgermeisterkandidat Christoph Bark.